Ich habe das Auto nicht mal eine Woche und es fährt einfach nicht. Das Einzige, was die hätten machen können, wäre halt einen Abschleppdienst holen. Ich dachte mir nur so, ich habe mich reingesetzt, habe gehofft, dass alles funktioniert. Dann steckte dieser Draht da drin und genau in dem Moment taucht im Bordcomputer die Fehlermeldung auf und fährt einfach nicht mehr los. Ich glaube, es wird ein ziemlich spannendes Video. Ich habe mir mal wieder meine mittlerweile schon Stammplatzstelle bzw. Location hier in Leipzig rausgesucht, um hier einfach mal entspannt wieder über den Polster zu sprechen. Denn mittlerweile habe ich knappe 3000 Kilometer auf den Wagen draufgefahren und habe in der Zeit natürlich auch einige Erfahrungen gesammelt, die nicht nur positiv waren. Einige hatten es auf Instagram mitbekommen, einige vielleicht noch nicht. Deswegen möchte ich in diesem Video einfach auch mal über meine Probleme mit dem Polster sprechen. Denn natürlich ist auch bei diesem Auto nicht alles perfekt. Ja, aber ich würde sagen, wir fangen mal ein bisschen ruhiger an. Nicht gleich die Story, wo ich liegen geblieben bin. Die heben wir uns mal für den Schluss auf. Der erste Punkt, mit dem ich Probleme habe, ist teilweise die Software, die einfach noch nicht ganz so reaktionsfähig ist, um es mal nett auszudrücken. Es gibt so ein paar Buttons, wie zum Beispiel hier bei der Sitzheizung oder auch bei der Lenkradheizung. Wenn ich da drauf drücke, dann dauert es manchmal einfach zwei, drei Sekunden, bis überhaupt irgendetwas passiert. Also bis der Knopf überhaupt die Funktion anzeigt, die ich gerade getätigt habe. Und das sollte einfach nicht sein. Ich bin mir sicher, Polster wird es auch mit zukünftigen Updates noch beheben. Aber ich möchte einfach nicht, dass wenn ich auf meine Lenkradheizung drücke, dass ich dann drei Sekunden warten muss, bis ich da die Stärke einstellen kann. Und dann dauert es nochmal drei Sekunden, bis auch Stufe 2 oder auch nur Stufe 1 eingestellt ist. Also das ist nicht ganz so optimal. Aber das ist Software. Das kann man super easy fixen. Und ich bin mir sicher, wenn Polster davon noch nicht wusste, dann wissen sie es jetzt mit dem Video. Und wenn sie es schon wussten, dann sind sie mit Sicherheit schon dran, auch dieses Problem zu fixen. Also soweit so gut. Damit kann ich noch leben. Zumal die Temperaturen jetzt ja sowieso wieder besser werden. Ich meine, die Sonne scheint gerade ein bisschen. Und wir haben mittlerweile 10 Grad. Also der Sommer kommt. Und dann brauche ich wahrscheinlich die Sitzheizung und auch die Lenkradheizung nicht mehr so oft. Ansonsten ist die Software aber ziemlich ausgereift. Es gibt keine Abstürze oder so von Apps, die hier drauf laufen. Und auch so die Reaktionsfähigkeit, wenn ich zum Beispiel durch Maps hier scroll, die ist super gut. Es sind eben nur so zwei, drei Buttons, zum Beispiel von der Sitzheizung oder auch die Klima-Einstellung so. Da dauert es manchmal ein bisschen länger. Oder auch wenn ich in die App-Übersicht gehe, manchmal dauert es länger, manchmal eben nicht. Ich weiß persönlich nicht ganz, woran es liegt. Erst dachte ich, das war, wenn man frisch in das Fahrzeug einsteigt und sozusagen der Wagen erstmal hochgefahren werden muss mit dem Betriebssystem und alles. Dann hatte ich aber auch ein, zwei Fälle schon, wo ich auf der Autobahn unterwegs war und gefahren bin, kurz die Lenkradheizung bei mir ausschalten wollte. Und dann hat es irgendwie ein paar Sekunden gedauert, bis überhaupt irgendwas passiert ist. Also wo genau da jetzt die Fehler liegen, das weiß ich nicht. Aber okay, damit kann ich noch leben. Wirklich, das ist verkraftbar. Und zwar der zweite Punkt wiederum, den finde ich etwas störender. Und zwar geht es um die Ladeschale hier in der Mittelkonsole, wo man Smartphones drahtlos aufladen kann, sofern diese eben Qi-kompatibel sind. Also im Grunde genommen ist hier einfach ein Wireless-Charging-Pad verbaut. Und ich fand das mega cool, weil das bedeutet, ich brauche hier keine Kabel und habe bei der Abholung mein iPhone 12 Pro Max in die Ladeschale gelegt, da wo es gut liegt. Dachte, es lädt auf. Kurz hat es auch geladen und dann wurde angezeigt, Telefon wird nicht aufgeladen. Bitte entfernen Sie andere Gegenstände aus dem Ladebereich. Da war ich erstmal ein bisschen verwundert, dachte, gut, vielleicht ist mein iPhone 12 Pro Max auch von den Abmessungen einfach zu groß, dass es warum auch immer nicht passt. Und habe das mit anderen iPhone 12 Modellen ausprobiert. Da war genau das gleiche, selbst beim iPhone 12 Mini. Und dann habe ich mich im Polsterforum ein bisschen schlau gemacht und habe festgestellt, dass ich nicht der Einzige damit bin, sondern dass es tatsächlich ein allgemeines Problem ist, weil eben im iPhone 12 die MagSafe-Magneten hier verbaut sind, was teilweise zu Problemen führen kann. Ich habe selbst viele Wireless-Charging-Pads in Benutzung, die problemlos funktionieren, aber anscheinend kommt der Polster damit nicht ganz so gut klar. Jedenfalls kann ich mein Handy jetzt hier nicht ratlos aufladen und wenn es in der Ladeschale liegt, dann poppt hier immer so eine Benachrichtigung auf, dass ich Gegenstände entfernen soll. Und das ist natürlich ein bisschen nervig, zumal ich jetzt hier auch hinten einfach ein Kabel reingesteckt habe und dann habe ich hier mein Lightning-Kabel, um das Handy aufzuladen. Es sollte eben eigentlich nicht so sein. Ich hoffe mal, dass Polster das irgendwie mit einem Software-Update behoben bekommt oder dass Apple vielleicht auch irgendwas daran machen kann. Aber wie gesagt, ich habe auch andere Wireless-Charging-Pads, mit denen gibt es keine Probleme und hier habe ich halt als einziges Probleme. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hoffe ich, dass es da irgendwie eine Lösung für in Zukunft gibt. Okay, und dann gab es noch einen letzten Punkt, wo ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen muss, denn es ist ein ziemlich komplexes Thema. Es war auch eine witzige und eher weniger witzige Story. Ich fange am besten mal ganz vorne an. Ich bin von meiner Freundin aus Berlin zurück nach Leipzig gefahren und mit Elektroautos ist der Workflow im besten Fall so, dass man mit einem vollen Akku losfährt und dann kommt man einfach mit einem leeren Akku am Zielort an und lädt dann dort an einer öffentlichen Ladestation oder bei sich zu Hause auf. Ich bin also abends um 21 Uhr in Leipzig zurück angekommen, habe den Wagen an die öffentliche Ladestation gepackt mit 2% und bin in der Zeit noch mal ein bisschen im Studio arbeiten gewesen. Und dann irgendwann um halb eins war das, wollte ich dann nach Hause fahren, bin also zur Ladestation gelaufen. Der Wagen hat auch aufgeladen, alles cool, gar keine Probleme. Und ich packe das Ladekabel in den Frunk rein, will losfahren, setze mich also ins Auto, gehe auf Drive und drücke aufs Gaspedal. Und sehe, im Bordcomputer ist eine Meldung, Ladekabel entfernen, bevor sie losfahren. Und ich dachte mir nur so, das Ladekabel ist raus. Habe also den Wagen nochmal ausgemacht, bin ausgestiegen, habe den Wagen abgeschlossen, bin auch mal ein paar Meter weggegangen, in der Hoffnung, dass das irgendwie hilft. Ich setze mich also wieder ins Auto rein, gehe auf Drive, gleiche Fehlermeldung wieder. Das Auto will einfach nicht losfahren und ich gucke nur so einen Seitenspiegel, wo ich ja sehen würde, wenn die Ladeklappe offen wäre und wenn da ein Kabel drin stecken würde. Und natürlich steckte kein Kabel drin, weil ich habe das ja zuvor in den Frunk gepackt. Dann habe ich um halb eins in der Telegram-Gruppe, die es so von Pulster-Besitzern gibt, gefragt, ob jemand schon mal das Problem hatte, dass das Auto einfach davon ausgeht, dass ein Kabel noch drin steckt, obwohl es nicht so ist. Und dann habe ich ziemlich schnell von drei, vier Leuten auch die Antwort bekommen, ja, das Problem hatte ich gerade auch, gerade gestern gehabt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du wartest ein paar Stunden, dann behebt sich das Problem von selbst oder, und jetzt haltet euch fest, du nimmst ein Draht und verbindest im Ladeport zwei Kontakte miteinander, damit eine Überbrückung stattfindet, wovon das Auto dann davon ausgeht, dass das Kabel nicht mehr drin steckt. Was irgendwie ziemlich ironisch ist, weil ja in dem Moment dann eher ein Kabel drin steckt, als wenn ich das Kabel rausgenommen habe. Und ich hatte zum einen überhaupt kein Draht dabei und zum anderen habe ich mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht damit gesehen, irgendein Draht in den Ladeport vom Auto zu stecken, weil ich glaube, da kann man sich schon ziemlich doll wehtun. Von daher habe ich davon eher abgesehen und dachte mir, okay, ich frage nochmal beim Pulster-Service nach, ob die da vielleicht auf die schnell was machen können, ob die das Fahrzeug resetten können oder irgendwas. Und das Einzige, was die hätten machen können, wäre halt einen Abschleppdienst holen, aber ganz ehrlich, um halb eins bringt es auch nichts, den Wagen zu einer Werkstatt zu bringen, da hätte ich auch erst am nächsten Morgen mich drum kümmern müssen. Also ich rufe Felix wieder an, weil ich hatte auch zu dem Zeitpunkt keinen Autoschlüssel, weil ich den beim Dreh im Tesla von Felix vergessen hatte und erst später zurück nach Leipzig gekommen bin. Also konnte ich mich auch nicht einfach ins Studio legen, um dort zu schlafen. Also ich rufe Felix an, mittlerweile 1 Uhr nachts und Felix, komplett verschlafen, fragt, yo Mois, was ist los? Ich erzähle ihm kurz die Story, frage, ob ich bei ihm schlafen kann. War natürlich kein Problem, ich musste dann nur nochmal 20 Minuten zu Felix hinlaufen. Als ich bei Felix angekommen bin, habe ich mich dann erstmal schlafen gelegt und am nächsten Morgen Felix natürlich die ganze Story erzählt und meinte dann, naja, wenn wir gleich ins Studio laufen, können wir ja mal beim Puls da vorbeigehen. Im besten Fall hat sich alles von selbst repariert. Ich kann den Wagen wie gewohnt weiterfahren und alles ist cool. Und ich wollte den Wagen auch eigentlich von der Ladesäule wegfahren, damit ich eben nicht unnötig diese Ladesäule blockiere, weil irgendwann wäre dann wahrscheinlich auch noch ein Strafzettel dazugekommen. Lange Rede, kurzer Sinn, wir kommen beim Auto an. Ich habe mich reingesetzt, habe gehofft, dass alles funktioniert, gehe auf Drive und es geht. Ich konnte auf Drive gehen, also ich war mega happy, dass ich das Auto von selbst repariert habe und fahre die ersten 100 Meter und muss an einer roten Ampel stehen bleiben. Ja, also ich bleibe da stehen und genau in dem Moment, wo ich zum Stehen komme mit dem Fahrzeug, taucht im Bordcomputer die Fehlermeldung auf, Ladekabel entfernen, bevor sie losfahren. Das Auto geht in P und fährt einfach nicht mehr los. Ich konnte nicht wieder in Drive gehen, weil das Auto wieder davon ausging, dass das Ladekabel drin steckt. Dem war natürlich nicht so und dann stand ich da an der roten Ampel. Die Ampel wurde natürlich irgendwann grün und ich konnte immer noch nicht fahren. Und hinter mir, die Autos haben dann natürlich gehupt, was definitiv nicht so cool ist, gerade wenn man ein mega neues Auto hat, was nicht mal eine Woche alt ist. Und es fährt einfach nicht wegen so einem blöden Softwarefehler. Zum Glück gibt es aber natürlich einen Abschleppmodus, das heißt, den habe ich aktiviert. Damit konnte ich dann in neutral gehen und das Auto konnte dann von der Kreuzung weggeschoben werden. Was natürlich bei einem Fahrzeug, was über zwei Tonnen wiegt, definitiv nicht so einfach ist, weil das Ganze eben ziemlich schwer ist. Also Felix hat dann geschoben, ich habe hier im Auto dann gelenkt. Dann kam irgendwann auch noch durch Zufall eine Polizei vorbei. Die haben gefragt, was los ist, haben dann auch mit Golfen zu schieben. Also irgendwie ging das Ganze dann und ich habe dann nochmal beim Pulsar-Service angerufen. Die haben einen ADAC-Techniker hergeschickt, der war dann zwei Stunden später ungefähr da. Und dieser Techniker, der kam dann an, ich habe dem das Problem geschildert und er wusste schon genau, was zu tun ist. Der ist zu seinem Auto gegangen, hat dann ein paar Drähte genommen, irgendwie eine Klemme und so und geguckt, wie man jetzt diese Überbrückung machen kann. Also er hat tatsächlich genau das gemacht, was mir auch in der Telegram-Gruppe empfohlen wurde. Einfach den Ladeport überbrückt und ja, dann ging das. Dann steckte dieser Draht da drin, zugetaped, damit er nicht irgendwie verrutscht während der Fahrt. Und dann bin ich erstmal den restlichen Tag mit diesem Draht rumgefahren und habe dann, als ich den nächsten Ladevorgang gestartet habe, den Draht mit der Klemme abgezogen, geladen und habe dann natürlich gehofft, dass beim nächsten Mal alles wieder funktioniert. Zur Sicherheit habe ich mir auch bei Konrad so Krokodilsklemmen geholt. Ich habe die sogar irgendwo hier. Genau, diese Teile, die kann man dann einfach an die Kontakte klemmen und damit war das dann gar kein Problem. Zum Glück habe ich die aber bisher nicht mehr gebraucht. Also als ich dann den Ladevorgang beendet habe, konnte ich mich ganz normal ins Auto reinsetzen und losfahren. Und mein großes Glück war auch, dass das jetzt nicht irgendwie an einer Raststätte unterwegs passiert ist oder irgendwo, wo einfach nichts ist, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, wie man damit umgehen soll. Ich meine, falls das jetzt nochmal passieren sollte, ich weiß, welche Kontakte ich überbrücken muss. Ich habe diese Kabel da. Also das ist gar kein Problem. Das ist dann nur ärgerlich. Aber in dem Moment war das schon so ein richtiger Downer. Ich habe das Auto nicht mal eine Woche und das fährt einfach nicht. Man kann einfach nichts dran machen und man sieht nur, es ist definitiv irgendein Softwarefehler. Ja, genau. Das war nicht ganz so cool, aber dann als es wieder ging, bin ich ein paar Kilometer gefahren und das hat direkt wieder so richtig Bock gemacht. Von daher, ich bin mit dem Auto ziemlich happy. Ich hoffe einfach mal, dass Polster das bald in den Griff bekommt, sodass ich dieses Problem nie wieder haben werde. Und ich hoffe natürlich auch, dass kein anderer Polsterfahrer diese Probleme bekommt. einfach weil es wirklich, ja, ziemlich ernüchternd ist für die Freude mit dem Auto. Aber sobald es dann wieder fährt, da ist man dann gleich wieder mega happy. Von daher, ich freue mich. Ich werde auch in Zukunft natürlich viele weitere Videos zum Polster machen. Von daher, wenn ihr nichts verpassen möchtet, abonniert den Kanal und dann schaut ihr hoffentlich auch beim nächsten Video ebenfalls wieder vorbei. Bis dahin. Ciao. Ciao.